Hallo zusammen, mein Name ist Eddie Wagner vom Autoradioshop Stuttgart und wir wollen uns heute eine Lösung anschauen von der Firma Museway, die sich besonders für Leasingfahrzeuge eignet, wo man auf rückwüstfähigen und einfachen Einbau Wert legt. Wir befinden uns hier im Kofferraum unseres BMWs, wo wir hier im Seitenteil die Endstufe befestigt haben und an dem Kabelbaum, der vom Radio verlegt wurde, angeschlossen haben. Diese Endstufe beinhaltet den Leistungsteil, der die Leistung von etwa 50 Watt, was die Werksanlage bietet, auf etwa 400 Watt ansteigen lässt. Dadurch klingt das Ganze natürlich viel kräftiger und sie beinhaltet auch den digitalen Soundprozessor, mit dem wir die akustischen Gegebenheiten des Fahrzeugs optimal einstellen können und mit dem wir auch auf die Hörgewohnheiten des Fahrers eingehen können. Das Ganze wird von uns erstellt, dieses Setup ist natürlich nachträglich auch noch änderbar und je nach Kundenwunsch lässt sich da eben, haben wir relativ viel Spielraum, um da guten Klang zu erzeugen. Wir haben die Anlage fertig eingebaut und mittels dieser DSP-Software eingestellt. Ich kann hier sehr viel Einfluss drauf nehmen und den Verstärker auf die Fahrzeuggegebenheiten anpassen und natürlich auch die Kundenwünsche mit berücksichtigen. Das Ganze dauert etwa zweieinhalb Stunden. Für diese Zeit haben wir für den Kunden natürlich einen Leihwagen parat und nach diesen zweieinhalb Stunden ist das Fahrzeug abholbereit und ihr werdet euch wundern, wie viel man aus diesen einfachen Werkslautsprechern mit diesem Verstärker rausholen kann.